Liege oder setze dich bequem hin, schließe deine Augen und komme zur Ruhe. Atme tief in den Bauch ein, halte die Luft kurz an und atme lang wieder aus. Und noch einmal tief in den Bauch einatmen, die Luft kurz anhalten und lang wieder ausatmen. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem Atem, beim Ein- und Ausatmen. Sollten Gedanken kommen, dann lasse sie wie Wolken vorüberziehen. Halte nicht an ihnen fest. Konzentriere dich dann einfach wieder auf deinen Atem und meine Stimme. Denke beim Einatmen, ich atme ein und beim Ausatmen, ich atme aus. Auf diesem Wege sind deine Gedanken beschäftigt. Und lenke deine Aufmerksamkeit nun auf dein Herz. Und lass in deinem Herzraum das Licht der Liebe entstehen. Stell dir eine Lichtkugel vor in deinem Herzen. Welche Farbe hat deine Lichtkugel? Und das Licht wird nun immer klarer und strahlender. Verbinde dich ganz bewusst mit dieser Lichtkugel. Deinem Licht der Liebe. Und lächle. Lehne dich innerlich ganz entspannt zurück. Und lass das Licht sich nun ausdehnen. Zuerst im Brustkorb. Lass deinen Brustkorb durchfluten von deinem Licht der Liebe. Und lass das Licht nun über deine Schultern wandern. In deine Oberarme, Ellbogen und Unterarme bis zu deinen Händen. Lass deine Liebe sich ausdehnen. Lass deine Liebe sich ausdehnen. In deinen Bauchraum hinein. In dein Becken und dein Gesäß. Lass das Licht der Liebe in deine Oberschenkel wandern. Über deine Knie und deine Waden bis zu deinen Füßen. Und das Licht der Liebe dehnt sich nach oben aus. Über deinen Hals. Und macht so deinen Halsraum weit und klar. Bis zu deinem Gesicht. Bis zu deiner Kopfhaut. Bis in jede Haarspitze. Dein Licht der Liebe hat sich nun in deinem ganzen Körper ausgedehnt. Fühle dich aufgehoben und geborgen in deinem eigenen Licht. Und schenke dir ein Lächeln. Genieße für einen Moment deine Präsenz in Liebe. inquiéte mich nach oben aus. individuals davon ver είναι sehr bien. Ich freue mich hier. Bin jetzt nur charmierser. Oder Assad. Augen. 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 Augen insignsch. Sexual. 1933. Augen. 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 Lenke Deine Aufmerksamkeit nun zu Deinem Herzen zurück und nimm hier die Quelle Deiner Liebe wahr. Dein ganzer Körper ist nun von Liebe erfüllt. Wie hat sich Deine Präsenz verändert? Komm mit Deinen gemachten Erfahrungen nun wieder ins Hier und Jetzt zurück. Spüre die Unterlage, auf der Du sitzt oder liegst. Nimm den Raum um Dich herum wieder wahr. Bewege Deine Füße und Deine Hände. Strecke Dich, wenn Du magst. Und nun atme noch einmal tief in den Bauch ein und beim Ausatmen öffnest Du einfach wieder Deine Augen. Und nun auf einmal tief in der Bauch. Dich, wenn Du darfst. Untertitelung des ZDF, 2020